Herzlich willkommen zum 22. Türchen vom YouTube Adventskalender. Heute mit meinem Kater, ne? Hallo, sag mal hallo. Ja, da ist ein bisschen Licht. Und da ist der Weihnachtsbaum schon aufgebaut. Und mein Kater mag den Weihnachtsbaum, der ist toll, ne? Okay, ich lasse meinen Kater mal wieder runter. Dann kann er vielleicht da unten beim Weihnachtsbaum sitzen. Sieht man ja eh nicht, aber... Oder doch? So, und ja, wir beginnen wieder mit den Adventskalendern. Und dann hier sieht man den vielleicht noch. Jetzt sitzt er da. Gut, wir fangen an. So, jetzt habe ich ihn besser eingeblendet. Da, da, wer ihn nicht sieht. Ihr mögt ihn ja so sehr. Und dann fangen wir doch gleich mal mit Rittersport an. So, den Adventskalender hatte ich eben auf dem Baum befestigt. Und jetzt gucken wir uns das 22. Türchen an. Das befindet sich hier und das machen wir jetzt auf. Okay, heute war dort Nougat drinne. Jetzt habe ich das mit dem mal da hingelegt. Mal gucken, schmeiß es runter. Ja. Schaffste. Und, was macht der? Und, was macht der? Gut, das war mein Kater beim Schokolade runterschmeißen. Ich hoffe, das war einigermaßen lustig. Kommen wir zum 22. Türchen vom Rubbellos-Adventskalender. Na gut, da haben wir leider nichts erwischt. Sieht man jetzt so schlecht. Ich dachte erst, die 20.000 hier, hmm, könnte ja was werden. Aber, ne, dem ist leider nicht so. Kommen wir zum Blind-Adventskalender. Der guckt schon so ein bisschen. Na, macht Spaß, ne? Du sitzt doch gerne da. Bist auch gerne auf YouTube, ne? Komm, na? Schön. Ey, was für dich? Das 22. Türchen befindet sich hier. Und, das ist was Großes. Ähm, da bin ich mal gespannt, was es ist. Machen wir es auf. Und, es ist ein Regenschirm. Ein Schoko-Zapfen. Ist ja cool. Ist ja echt cool. So, ich hab jetzt einen Regenschirm. Du, 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 du. Das ist cool. Das ist ja echt eine cool eingepackte Süßigkeit. Hier gibt es erstmal ein Rätsel. Kannst du helfen, wo hat Arnold den Schal des zweiten Teddys hingelegt? Ja, weiß ich nicht. Kannst du ja mal sagen. Okay, die Geschichte geht weiter. Jetzt sind alle Pakete auf dem großen Weihnachtsschlitten verstaut. Und endlich kann es losgehen. Am Weihnachtsmorgen ist im Mäuseloch eine große Unruhe. Wird ihr großer Wunsch in Erfüllung gehen? Können sie nach vielen Jahren endlich mit der ganzen Familie Weihnachten feiern? Da hören sie schon das vertraute Stampfen. Es ist der Weihnachtsmann. Und die Wichte begleiten ihn aufgeregt. Was hat er in seinem Sack? Ja, das willst du gar nicht wissen, was der in seinem Sack hat. So, und das war das 22. Türchen vom YouTube Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ein bisschen interaktiver mit meinem Kater dabei. Und, ähm, ja, wenn ihr ihn mögt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns morgen am 23. Türchen hier wieder. Tschüss.